Herzlich willkommen bei Blattes Morgens, Blogger der Welt, heute mit einem Podcast zum Thema KS Freak und seinem neuen Statement, die Wahrheit heißt das, ich werde das unten für euch auch verlinken und ich dachte, ich rede jetzt mal frei Schnauze zu dem ganzen Thema, weil ich das durchaus sehr interessant fand, was er dort zu sagen hatte und ich habe ihn dort als ultra unsympathisch empfunden. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze gesehen habt, aber ich muss sagen, das geht für mich in eine Richtung, die ich nicht wirklich akzeptieren kann und die ich auch nicht cool finde. Ich möchte jetzt hier keine Ausschnitte verwenden, weil ich auch immer ein bisschen Angst habe, dann gestrikt zu werden, wenn ich sowas benutze und da ist mir das Risiko dann immer ein bisschen hoch, gerade auch im Hinblick auf meine anderen Formate, wo ich hier und da mal was verwende, möchte ich jetzt nicht komplett immer auch irgendwelche Ausschnitte dauernd verwenden und seht mir das danach. Ich werde hier ein paar Zitate aufführen, die mir auf jeden Fall sauer aufgestoßen sind. Grundsätzlich wirkte er auf mich sehr unsympathisch und ich muss sagen, er hat ja auch viel, ja, seine Zuschauerschaft und seine Community, gerade im Hinblick auf seine Musik, kritisiert, dass vieles nicht so angenommen wurde, beziehungsweise auch vieles gehatet wurde in der Vergangenheit. Und da muss ich wirklich sagen, dass ich das heftig finde, dass das Video trotzdem 40.000 Likes hat und wenn das in KuchenTV oder einer von uns machen würde, hätten wir wahrscheinlich 50, 60 Prozent Dislikes gehabt. Also auch KuchenTVs Statement kam ja nicht sonderlich gut an, das mag auch vielleicht hier und da berechtigt gewesen sein, allerdings finde ich es trotzdem krass, dass dann so Leute dann immer so gut wegkommen. Die kümmern sich im Prinzip gar nicht um ihre Zuschauer, laden nicht jede Woche Videos hoch und werden dann immer noch gefeiert, obwohl die da wirklich arrogant und unsympathisch wirken. Das war zumindest mein Empfinden in diesem Video und ergibt wie gesagt unter anderem auch ein wenig seiner Community die Schuld, dass sie die Musik damals nicht so wirklich angenommen haben. Und das war so ein Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, ja warum haben denn die Leute deine Musik nicht so wirklich angenommen? Hast du das nicht so wirklich verstanden? Ein wenig später geht er dann auf den Punkt ein, dass er selbst sein erstes Album scheiße fand und nicht wirklich gut, bis auf einzelne Songs nicht gut fand und dann hat er doch im Prinzip schon die Antwort auch parat. Ich denke jeder, der hier vernünftige Musik hochlädt, egal ob das jetzt ein YouTuber ist oder ein Musiker, wird auch seine Zuhörerschaft bekommen. Dead Adam ist ja auch ein Beispiel, das waren ja auch YouTuber und die sind dann damit groß geworden, auch Musik noch zusätzlich zu machen und sehr erfolgreich damit gewesen. Und das wurde ja nicht gehatet, das war vielleicht dann nicht für jedermanns Sache, das ist ja auch so eine Musikrichtung, die jetzt nicht jedem gefällt. Aber die meisten haben dann erkannt, okay, da steckt wirklich ein gewisses Talent hinter, da haben sich wirklich Leute auch Mühe gegeben, auch in der Produktion und dann gibt man dort ein Like. Beziehungsweise, wenn es einem nicht gefällt, hört man einfach nicht die Musik. Bei Chaos Freak war das aber so weit, dass die Musik wirklich sehr trashig war und auch das Album, ja, nicht wirklich gut, auch nach seinen eigenen Worten. Dann braucht man sich doch nicht wundern, dass die Community von einem das dann nicht gut annimmt. Also das fand ich dann schon relativ frech. Des Weiteren geht er ja auch auf die Punkte ein, dass er ja auch momentan ein wenig klamm ist, was das Geld angeht. Er hat dort auch gesagt, dass er beim Finanzamt noch einen sechsstelligen Betrag zurückzahlen muss. Und das sind auch von, ja, Zahlen die Rede wie bis zu 180.000 Euro im Monat. Und ich muss dann wirklich sagen, mit solchen Leuten, ich habe das auch unter meinem Krabbi-What-Else-Video nicht so ganz verstanden, mit solchen Leuten habe ich kein Mitleid. Versteht mich nicht falsch, ich habe Mitleid mit Leuten, die ein Unternehmen haben, die selbstständig sind, die wirklich in eine Schieflage geraten und sich einfach mal verzockt haben. Ich habe auch Mitleid, wenn wirklich Leute beschissen werden, was die vielleicht hier und da auch wurden. Aber wenn man wirklich von 0 auf 100 quasi von, wie er es auch sagt, von 1.000 Euro im Monat auf 10, 20, 30, 40 oder 180.000 Euro im Monat kommt. Und dann, wenn man aus relativ normalen oder ärmeren Verhältnissen kommt, wie er das ja sagt in dem Video, dann so mit dem Geld rumschmeißt, dann muss ich wirklich sagen, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Die wirkten so unsympathisch in den letzten Jahren, haben mit relativ trashigen Videos und, ja, nicht so guter Musik wirklich viel Erfolg gehabt. Haben 180, 100.000 oder 50.000 Euro im Monat verdient. Und es war da von 2016 auch die Rede von 457.000 Gewinn, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Das ist so eine große Zahl, selbst wenn man die Steuer und Krankenkasse und den ganzen Kram von abzieht, dann ist das so viel Geld, was viele von euch wahrscheinlich nicht in 10 Jahren oder in 5 Jahren verdienen werden. Und das ist schon heftig, wenn man dann solche Leute sieht, die 200.000 Euro oder 250.000 netto im Jahr zur Verfügung hatten 2016 und dann solche Probleme bekommen, dann fragt man sich halt schon, was machen die mit dem Geld? Man weiß ja jetzt auch durch das Krabbi-Video, dass sie ja auch die Wohnung gestellt bekommen haben und ja auch nicht wirklich dort Miete zahlen mussten, als sie noch in der Studio 71 Zeit in Berlin gewohnt haben. Dann fragt man sich halt schon, wo ist das ganze Geld hingegangen? Also man rechnet sich das jetzt mal zusammen. Die haben teilweise, ja, mehrere 10.000 Euro im Monat zur Verfügung gehabt. Und auch wenn man alles an Steuern abgerechnet hat, dann muss man doch irgendwie, auch wenn man jetzt sich mal eine Uhr gönnt oder ein Leasingfahrzeug oder sich vielleicht auch mal ein Auto kauft, trotzdem noch genug überhaben, wenn man keine Miete zahlt und Co., dass man eigentlich sich auch was zurücklegt. Oder zumindest sollte man auch Leute in seinem Umfeld haben, die vielleicht auch mal sagen, du, schil mal, das Geld ist schneller weg, als du denkst, leg dir auch was zurück für schlechte Zeiten, gib vielleicht einen Teil deinen Eltern oder ja, leg was auf die Bank oder investier vielleicht vernünftig, kauf dir eine Wohnung, wie das auch andere YouTuber machen, wie Montana Black oder Co., die auch ihr Geld, was sie halt verdienen, in Immobilien investieren oder vielleicht in Gold oder in verschiedene andere Sachen. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis, dass die das halt überhaupt nicht gemacht haben. Denn sie hatten jeden Monat auch bis dato noch die Möglichkeit, mit einem Video oder mit Streams oder diversen Postings auf Instagram horrende Summen zu verdienen. Also wirklich Summen, die wir uns gar nicht so wirklich vorstellen können. Mehrere tausend Euro für ein Posting auf Instagram, was vielleicht ein paar Minuten Arbeit macht. Oder ein YouTube-Video, was bei denen ja dann auch keine Blockbuster waren. Das sind ja ganz normale Videos, Challenges oder Pranks gewesen, die die so gemacht haben und die vom Aufwand nicht wirklich hoch sind. Also da muss ich wirklich sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum die nicht einfach mal klipp und klar vielleicht auch ein paar Leute in ihrem Umkreis haben oder selbst das Verständnis haben mit über 20, zu sagen, Mensch, das wäre vielleicht ganz clever, vielleicht in den einen oder anderen Euro mal zurückzulegen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dieses ganze Video wirkte sehr unsympathisch. Abgehoben hat auch einen Kritiker und am Ende da nochmal so einen Spruch gedrückt, den ich auch nicht verstehen kann. Wie gesagt, ich bin kein Hater. Ich bin wirklich nur jemand, der das kritisch anmerkt. Ich bin kein Fan von ihm. Mich interessiert der Typ auch überhaupt nicht. Er kann sein Ding machen, kann auch Erfolg haben. Er kann auch mit dem nächsten Lied Gold gehen und Platin und auf Nummer 1 scharten. Das ist mir wirklich vollkommen egal. Wenn es Hand und Fuß hat, würde ich das nicht haten. Aber im Grunde genommen muss ich wirklich sagen, dass solche Leute dann irgendwie vielleicht karmatechnisch auch wirklich verdient mal was abbekommen. Zumindest vorübergehend. Ich wünsche denen echt nichts Schlechtes, den beiden. Aber das wirkte auf jeden Fall zumindest bei KS-Fig ultra unsympathisch. Bei Krapi muss ich sagen, der hat das halt irgendwie dann auch relativ sympathisch vorgetragen. Er hat da vielleicht auch so ein paar Sachen, vielleicht, ja, hätte er vielleicht auch mal mit reinnehmen können. Aber er hat zumindest auch gesagt, er war auch selbst schuld. Und cool, das hat mir bei KS-Freak wirklich gefehlt. Er wirkte da so wirklich sehr angefressen und wütend. Auch fast schon in so einer Bringschuld, dass er jetzt nach Krapis Video vielleicht auch so ein Video machen musste. Und auch nochmal sagen musste, wie er jetzt finanziell dasteht. Aber wie gesagt, das sind alles Leute, die mit einem Posting auf Instagram, mit einigen Streams oder Videos im Monat mehrere 10.000 Euro verdienen können, die Millionen Reichweiten haben. Und wenn die da nichts draus machen, monatelang teilweise inaktiv sind. Krapi hat über zwei Jahre auf YouTube nichts hochgeladen. Dann ein KS-Freak, der auch relativ inaktiv auf seinem Kanal ist. Der lädt zwar hier und da noch was hoch, aber wirklich aktiv war er es nicht. Und dennoch haben das mehrere hunderttausend Leute zum Teil sich angeguckt. Er hat jetzt 40.000 Leute, die das immer noch liken, obwohl er da wirklich ultra unsympathisch war. Auch die im Chat haben gesagt, das wirkt unsympathisch. Der versteht ja irgendwie gar nichts. Und das ist einfach nur mal eine ehrliche Meinung. Auch wenn du das jetzt hier sehen solltest, ich will gar keinen hier schlecht machen. Ich finde es trotzdem irgendwie krass, dass man irgendwie nicht so viel Selbstreflexion in sich trägt, um zu merken, okay, das war vielleicht irgendwie over the top. Das war vielleicht nicht in Ordnung die letzten Jahre. Und ein paar Punkte hat er mit reingenommen. Wie gesagt, er hat zugegeben, dass sein Album jetzt nicht das geilste war. Dass es auch ein bisschen lieblos war die letzten Monate und Jahre mit seinem Content auf YouTube. Und dass es auch so ein bisschen gezwungen war und dass sie noch das Geld verändert hat. Das hat er schon mit reingenommen. Aber ich finde, das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu wenig. Und ich verstehe irgendwie nicht, dass die so wenig Verständnis auch haben, dass 180.000 eine unrealistische Zahl ist. Das ist ein mega Jahresgehalt für viele. Das ist für viele auch ein Verdienst, was manche vielleicht in vier, fünf Jahren oder sechs, sieben Jahren, selbst wenn sie ein Studium oder eine Ausbildung gemacht haben, nicht verdienen. Und das ist heftig. Also wenn man 180.000 im Monat verdient oder wie 2016 und 2017, 2018 wird es ja vielleicht so ähnlich gelaufen sein, 457.000 Gewinn macht. Und selbst wenn man dann die Steuern und Co., wie schon gesagt, abrechnet und abzieht, dann ist das so viel Geld. Dann kann ich nicht nachvollziehen, warum man dort nicht einfach mal sagt, gut, ich lege mir ein bisschen was zur Seite. Ich investiere vielleicht hier und da und lasse mich da auch nicht von irgendwelchen Leuten bescheißen. Sicherlich gibt es doofe und beschissene Menschen. Da muss man vielleicht auch ein bisschen Cleverness immer mitbringen oder man vertraut vielleicht auch mal falschen Personen. Möchte ich auch überhaupt nicht sagen. Jeder macht mal Fehler, auch mit dem Finanzamt, das ist ein absolut beschissenes System. Kaum einer blickt da als Laie durch. Da kann man leicht auf die Fresse mal fliegen oder auf die Schnauze fliegen. Das ist ein beschissenes System mit dem Finanzamt, dass sie dann auch einfach das Geld plötzlich einfordern und man da vielleicht auch gar nicht so lange Zeit hat zu reagieren im Co. Oder dass da keine Raten vielleicht möglich sind. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte damit noch keine Probleme. Könnt ihr auch gerne unten reinschreiben, wie das vielleicht dann abläuft. Aber ich denke, da sollte es vielleicht auch ein bisschen kulanter vor sich gehen und das Ganze auch ein bisschen so gemacht werden, dass man vielleicht wirklich, wie manche Politiker das auch schon gefordert haben, eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen kann und dann einfach auch weiß, was man dann abziehen kann und was nicht. Dann könnte das jeder selber machen, wäre wesentlich einfacher. So blickt man als Laie kaum durch. Ich hatte das im Studium sogar, habe es auch bestanden, aber das ist so undurchsichtig. Und wenn man nicht da ein halber Rechtsanwalt oder Steuerrechtsanwalt ist, blickt man da wirklich kaum durch. Und das ist dann schon ein bisschen doof gemacht. Ich finde, das sollte dann für die Selbstständigen möglich sein, das selbst zu machen. Und das sollte dann irgendwie, finde ich, ein bisschen anders geregelt werden in Zukunft. Das ist zumindest meine Meinung. Muss ja nicht so blöd und undurchsichtig bleiben. Dann macht man ja vielleicht auch weniger Fehler und dann passieren solche Geschichten vielleicht auch in Zukunft weniger Leuten. Wie gesagt, das kann alles passieren, aber dennoch sollte man schon, wenn man so viel Geld verdient, auch merken, okay, ist jetzt das Verbrassen so dermaßen nötig und muss man so auf die Kacke hauen. Und ich finde, das zeigt dann auch ein bisschen den Charakter einer Person, wenn man dann so übertreibt und überhaupt nicht versteht, was jetzt irgendwie normal ist und wie viel Geld das überhaupt ist, dann sollte man irgendwie auch mal langsam, ja, wieder zu Besinnungen kommen. Wie gesagt, man sollte sich immer wieder bewusst machen, wie viel 50, 100 oder auch 1000 Euro sind und wie viel man für 1.500 bis 2.000 Euro netto im Monat teilweise arbeiten muss. Viele arbeiten im Bau, in der Pflege oder im Büro und verdienen weniger oder, ja, vielleicht diese 1.500 bis 2.000 Euro netto und, ja, hat 100.000 quasi oder 180.000 brutto verdient, was dann immer noch über 100.000 Euro netto sind. Und, ja, da verstehe ich einfach das Gemecker nicht. Und das kann ich nicht akzeptieren, finde ich auch nicht cool. Wie gesagt, man kann mal auf die Fresse fliegen, man kann auch den falschen Leuten vertrauen. Aber ich finde, ein bisschen Selbstreflexion ist dort wichtig und das hat mir absolut gefehlt bei diesem Video. Was war eure Empfindung bei diesem Video? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt die Sache hier unten rein. Bis bald und ciao, ciao.